Hallo Lori Pöbler! Ihr habt ja vor einer Woche, am 1. Oktober, um genau zu Zeit mitgemacht, bei unserem Jelly Belly Wettbewerb, unserem Jelly Belly Tag. Und die Frage war ja, welche von den drei Aromen, die wir euch aufgezählt haben, gibt es nicht. Hier in der Mischung. Und die richtige Antwort hatten fast 99% alle. Und die war, Benzin. Benzin ist da nicht drin. Aber vielleicht kommt es ja noch. Und jetzt haben wir alle, die mitgemacht haben in den Läden, und alle, die mitgemacht haben online, Facebook, haben wir hier drin versammelt. Und jetzt geht es darum, wer geht auf Amerika? Wer gewinnt einen Gutschein von 3000 Franken, einen Fluggutschein für eine Reise auf Amerika? Und jetzt tun wir das aus. Wir müssen es auswerten. Jawohl, ich muss es noch ein bisschen bereit machen. So, los geht's. Die Spanik steigt. Wer geht auf Amerika? Wer geht auf Amerika? Ich habe eine Gewinnerin. Die heisst Natalie Ott. Herzliche Gratulation! Natalie, du gehst auf Amerika. Du wünschst einen Gutschein von 3000 Franken. Direkt weg, wo du kannst. Entweder geht die Cherry Valley Fabrik, geht noch ein Besuch machen. Oder was auch immer, geht auf Amerika. Super, herzliche Gratulation. Wunderbar. Dann geht es weiter. Wir haben immer noch Preise zu vergeben. Unter anderem darf man in Europa Park für zwei Personen übernachten. Inklusive Eintritt und Tutti Quanti. Und dort suchen wir jetzt auch den Nächsten aus. Wir sehen überhaupt nichts. Streckt nichts. Nada. Ich habe einen rausgefischt. Das ist... Rickenbacher Sascha. Dorfmat 8. Irgendwo in Luzern. Herzliche Gratulation! Du gehst in Europa Park. Für zwei Personen. Super. Dann haben wir noch Alpamare. Haben wir auch noch zu vergeben. Hey, ja, ja. Wir haben ja wirklich sehr viele Kohligpreise. Alpamare. Dreimal Eintritt. Et voilà. Dreimal Alpamare. Nudeln. Einen. Zwei. Zwei. Drei. Okay. Und das wäre... Mal schauen. Von Rutz Moini. Aus Menzigen. Du gehst einmal ins Alpamare. Dann... Seydouine Endina von Menzigen. Hei, hei, hei. Anno Menzigen. Du gehst auch ins Alpamare. Plus... Christiane Leseberg. Du gehst auch ins Alpamare. Super. Dann haben wir noch Preise zu vergeben. Zwei von Celiwelli Artikel. Aber die veröffentlichen wir auf Facebook. Die können auf dem Abend. Könnt ihr die nachschauen. Danke vielmals fürs Mitmachen. Und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Tschüss zusammen.